Heute machen wir in den Wiener Knusperbraten, aber wirklich knusprig. Das Fleisch für 5 Minuten ins heiße Wasser geben. Und wir brauchen es eigentlich nur mehr bei 200 Grad im Rohr knusprig braten. Wie Sie hören, es ist wirklich schön knusprig und das geht nur dann, wenn die Schwarte beim Braten oben ist. Dazu geben wir Erdapfennudeln und eingemachten Kohl.